Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und heute gibt es tatsächlich mal Twitch Highlight Clips aus den letzten Twitch Streams auch nicht nur von mir, sondern auch von Playside aktuell in der Form, weiß ich nicht, müsst ihr sagen, ob euch das so gefällt, dass ich die nicht weiter bearbeite dass ich so klar wie in der Community müsst ihr einfach sagen, ob euch das gefällt ich muss, ja, wenn ihr sagt, ihr wollt lieber, dass ich aus den Clips nochmal die besten Sachen raushole dann mache ich das gerne, müsst ihr mir einfach nur sagen dann an alle, die Clips gemacht haben und ich danke von meinem Streamer, denn sie hat mir beim Zusammenstellen geholfen also der Twitch Clips geholfen, die hochzuladen in der Cloud und jetzt, ja, jetzt habe ich es relativ einfach jetzt kann ich es dann einfach nur noch runterladen auf meinem PC und habe sie dann gleich fürs Video und, ja, deswegen, vielen, vielen Dank joint doch auch gerne in meinem neuen Discord Server wir befinden uns aktuell noch in der Alpha Link ist in der Videobeschreibung schaut doch gerne beim nächsten Livestream vorbei dann habt ihr es gerade hier verpasst, dass es auch heute war ein Livestream, ihr könnt euch ja vielleicht den Replay angucken endlich auf YouTube oder, oder, oder ähm, ja viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen bis auf lasst ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke und, ja ich danke nochmal an alle in der Community die immer dabei sind, die mich unterstützen insofern, dass sie mir zugucken und, ja, dann würde ich sagen viel Spaß und, wie ich sehe hat es sich ja anscheinend gelohnt und, da war da gerade eben hier Gold das klippt keiner Jungs, wenn das irgendeiner von euch klippt hat niemand gesehen Glaubst du, geh rein? Ja ein Prozent 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 Ich glaube auch noch runter uit Prozent Prozent nicht klären was machen einfach nur lächerlich ich hätte ich würde sagen ja Pech gehabt Bewerbung abgelehnt aber nein die Teamleitung meint natürlich der hat noch noch eine Chance fuck und wieder das bitte oha guck mal ich hab zwei Punkte ich hab den Ball einmal berührt in diesem Match komm Dani du schaffst das ein weiteres Alter nein oh mein Gott Digga war das Lust komm doch ja komm 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 wir kommen wir kommen geht wir haben wir kommen vielleicht kann man ich bin hat das Video gefallen, ich habe es schon mal gesagt, aber lasst doch gerne ein Like, ein Abo und aktiviert die Glocke und ich muss es noch anmerken zu der Qualität, ich weiß, dass sie nicht besonders gut ist, ich bin aktuell immer noch am experimentieren, was für mein langsames Internet die besten Settings sind, aktuell StreamQ760p, wäre es vielleicht aber noch ändern, muss ich einfach nochmal schauen, kommt halt immer noch auf mein Internet drauf an, vor allem muss ich die Bitrate definitiv höher stellen, da bin ich halt am experimentieren, wie hoch kann ich die Schrauben, ohne dass der Stream gleich, ja, lag und sowas, was in dem einen Clip ja auch so der Fall war, ähm, ja, aber, aber ja, ich würde sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal, bis vielleicht auch zum nächsten Stream, eher, denn das ist früher, ich freue mich drüber, wenn ihr da einschaltet und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.